Einige werden das so mitbekommen haben, dass eine junge Dame in Wilhelmshaven Hausverbot bekommen hat in einem Edeka. Dieses Video ist ziemlich viral gegangen. Hier auch mal ein, zwei Screenshots davon zu sehen. Hier haben wir die Dame, die Bild hat sie ausfindig gemacht, ein Interview geführt. Und da sehen wir die Dame, wie sie selber hier am Handy am Filmen ist. Und dieses Video ist bei TikTok zum Beispiel sehr, sehr viral gegangen, wurde dann per Ex auch gepostet. Denn die beiden Damen hier wiederum, Angestellte in der Edeka-Filiale, haben ihr Hausverbot erteilt. Und die Situation ist massiv eskaliert. Und die Dame, die da so ausgerastet ist, die hat damit rumgeprallt, dass sie doch Flüchtling wäre und 200 Euro am Tag ausgeben würde. Wir gucken uns die Situation ganz genau an. Ist das richtig, was sie da gesagt hat? Oder rudert sie jetzt zurück und wird sie sich auch dafür entschuldigen, dass sie die Angestellte dort geschlagen hat? Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du neu bist, jetzt geht's los. Lass gerne ein Abo da. So, und dann heißt es hier in diesem Artikel, Bild spricht mit Supermarktpöblerin. Ich entschuldige mich nur, wenn... heißt es hier. Und ich kann euch direkt vorwegnehmen, es wird keine Vorentschuldigung geben. Aber wer ist eigentlich diese Dame? Die heißt Riham B., ist 19 Jahre alt gerade mal. Und jetzt kommt's, die hat ein umfangreiches Register, Vorstrafenregister. Das kannst du dir nicht ausdenken. Mit 19 Jahren. Nach Bildinformationen heißt es, liegen bereits 160 Anzeigen gegen sie vor. Nochmal. 19 Jahre alt, Polizei bekannt. 160 Anzeigen, nicht 16, nicht eine, nicht sechs, 160. Da muss ich doch wirklich als steuerzahlender Bürger hier mal ganz kritisch fragen, wie kann das denn sein? Kann es denn so weitergehen? Das ist doch unfassbar. 160 Wegen. Und jetzt kommt die Begründung. Beleidigung, Körperverletzung und Angriffen auf Polizeibeamte. Und wir sehen ja diesen roten Faden, das sehen wir ja häufig bei solchen Kandidaten. Drei Jahre, sagst du, die Dame bereits im Jugendgefängnis. Also, da muss man sich immer nur auf den Kopf fassen, da kann doch alles nicht sein. Das ist doch Wahnsinn, was da abgeht. Und sie sagt hier, bezüglich des Videos, Zitat, Ich war bei Edeka, wollte Donuts und Getränke kaufen. Und weil ich so viel rauche, hatte ich plötzlich Durst. Ich trank im Geschäft einen Durstlöscher, wusste nicht, dass das verboten ist. An der Kasse wollte ich alles zahlen. Da sagte die Kassiererin mir, dass das verboten ist. Und da muss ich gestehen, das war mir so nicht bekannt. Also, ich hätte jetzt gedacht, das ist einfach so erlaubt, wenn man dann das Getränk jetzt nimmt, Päckchen, Durstlöscher, was weiß ich, Trinkpäckchen oder was das ist, und an der Kasse bezahlt. Weil ich kenne das so aus meiner Jugend, wenn man irgendwie mal durch den Supermarkt gegangen ist und hatte so einen Durst oder sonst was, da hat man auch was genommen, hat das schnell ein Schluckchen von getrunken, ist damit zur Kasse, hat es direkt an der Kasse bezahlt. Okay, das Ganze habe ich hier nochmal überprüft. Wir lesen das bei einem Artikel von Merkur von 2017. dürfen wir im Supermarkt schon zu naschen anfangen. Und dann steht es hier mit drin bezüglich Lebensmittel. Grundsätzlich hat der Kunde das Recht, eine mangelhafte Ware umzutauschen und so weiter. Aber hier weiter lesen wir dann nämlich, dass das Naschen von Lebensmitteln nicht erlaubt ist. Und dann heißt es vom Anwalt Solmecke, das ist Diebstahl. Früher wurde diese Tat als Mundraub bezeichnet. Heute spricht man von einem Diebstahl geringwertiger Sachen. Eine solche Tat wird selten strafrechtlich verfolgt. Meistens verlangt der Besitzer des Supermarkts nur die Bezahlung des Obstes. Und das ist das Gleiche, wie wenn man jetzt hingeht und eine Flasche öffnet oder halt einen Schokoriegel isst oder sonst irgendwie was in der Richtung macht. Es gibt natürlich das Hausrecht. Also wenn jetzt der Verkäufer oder auch irgendwelche Angestellten das sehen, darauf hinweisen, ja, vergessen Sie bitte nicht aufs Band zu legen und zu verkaufen. Ich glaube, daher rührt halt die Gefahr, dass die Verkäufer dann halt sagen, ja, Moment, nachher trinkt er das, stellt das ins Regal und ich bin der Lackmeister. Okay, ist nachvollziehbar. Sie wusste es nicht? Okay. So, und jetzt geht es hier aber weiter. Denn die 19-Jährige, die aus dem Libanon stand, wie es hier heißt, hat dann gesagt, Zitat, ich sollte das Geschäft verlassen, Hausverbot bekommen. Ich war wütend. Bewarf sie mit meinen Einkäufen, also die Verkäuferin, die sie darauf hingewiesen hat. Sie warf zurück. Da gab ich ihr eine Ohrfeige. Die Situation eskalierte, heißt es hier. So, und relativ ähnlich schildert dann wiederum die Verkäuferin die Situation, Zitat, es ist so beschämend und verletzend, ich sah, wie sie ein Durstlöcher nahm und ihn öffnete und trank. Ich sagte zu ihr, dass das nicht erlaubt sei. Da spritzte sie mir die Flüssigkeit ins Gesicht oder entgegen, sagt sie, und dann habe ihr die Frau eine Ohrfeige verpasst. Es tat furchtbar weh. Kollegen und Sicherheitsdienst eilten herbei, riefen die Polizei und es gab eine Anzeige und ebenfalls Hausverbot. Ja, und das Ganze war damit halt noch nicht beendet. Wer das Video kennt, weiß, dass es eigentlich dann erst richtig losging, denn dann ist die Reham B. richtig ausgerastet und sagte zu Bild, Zitat, ich wollte provozieren. Deshalb sagte ich, dass sie den ganzen Tag arbeitet und nicht mal vernünftig verdient. Dann behauptete ich, dass ich 200 Euro am Tag als Flüchtling ausgebe. So hat sie sich selber in diesem Video bezeichnet. Aber in Wirklichkeit stimmt es nicht. Ich habe keine 200 Euro am Tag. Ich bin arbeitslos, machte den ganzen Tag nichts. Ja, da ist jetzt die Frage, ob das das Ganze irgendwie relativiert oder ähnlich ist in der Richtung. Es ist halt schon eine beabsichtigte Provokation gewesen. Eine ganz klare Provokation, obwohl die Situation ja so schon eskaliert ist. Weil ich frage bei solchen Sachen dann halt immer mich, was versucht derjenige damit zu bezwecken? Will er dem anderen jetzt irgendwie einen reinwürgen und dann noch ein bisschen darauf rumreiten, dass er sich jetzt hier mit mir rumschlagen müsste und im Endeffekt ich aber derjenige bin, der besser dasteht. Du kannst mir gar nichts. Ich habe so viel Geld am Tag. Du gehst arbeiten. Ich mache mir schön Hartz IV und der Tag gehört mir. So stellt sie es ja dar. Und das ist schon eine ganz, ganz unangenehme Äußerung. Sagen wir es einfach mal so. So, aber sie sagt halt hier weiterhin, sie bekommt tatsächlich 418 Euro vom Amt. Wohl nicht am Tag, sondern im Monat. Auf diesen Betrag kann ich nicht nachvollziehen, 418 Euro. Der würde ja unter dem Bürgergeldersatz liegen. Keine Ahnung. Sie sagt auf jeden Fall, ich habe meine Jugendhaft beendet. Saß drei Jahre in Oldenburg. Gefängnis ist wirklich hart. Da will ich nie wieder hin. Ja, und da frage ich mich ganz allen Ernstes. Warum macht man dann sowas, wenn man dann vielleicht auch eine kurze Zündschnur hat? Okay, das mag der eine oder andere haben, aber dann muss ich in eine gewisse Unterstützung holen, in eine Behandlung gehen, um dagegen vorzugehen, damit sowas mich nicht mehr zur Eskalation bringt und mich vielleicht auch mit den Gesetzen eines Landes vertraut machen. Wenn ich doch in einen Supermarkt gehe und dort etwas öffne. Also ich habe sowas noch nie gemacht, aber wenn ich dann sowas öffne, dann muss ich mir doch sicher sein, dass das eben erlaubt ist. Oder ich hätte mit der Verkäuferin kurz darauf reagiert, nicht ins Gesicht gespritzt und der hat schon mal gar keine Ohrfeige gegeben, sondern er hätte gesagt, sorry, ich trinke das nur ganz doll durch, ich gehe jetzt zur Kasse und bezahle das. Bisher wird die Sache gar nicht eskaliert. Und sowas muss man doch auch in Gewaltpräventionsmaßnahmen, vielleicht im Gefängnis dann auch, wenn man da schon drei Jahre drin sitzt, mal beigebracht bekommen, wenn das offensichtlich so eine kurze Zündschnur ist, die die Dame hat. Aber sie heißt weiterhin, sie habe wegen einer Körperverletzung eingesessen. Ein Fehler, für den ich bezahlt habe. Ich habe seitdem auch nicht meine kleine Tochter gesehen. Die hat sie wohl auch noch mit 19 Jahren. Sie wird vom Jugendamt betreut. Und ich bin aus dem Libanon geflüchtet, habe eine Aufenthaltsduldung. Ich habe keinen Schulabschluss, lief alles damals nicht gut und hatte viel Stress und Ärger. Ständig wurde ich angezeigt, auch von meiner Mutter. Also da ist wirklich alles, was halt schief gehen kann, irgendwie schief gelaufen und komplett. Und sie sagt aber auch noch hier, ich verlange Respekt. Ich habe nichts gegen die Deutschen. Am liebsten würde ich aber zurück in den Libanon neu anfangen. Doch dort herrscht Krieg. Da mache ich lieber hier meinen Hauptschulabschluss. Ja, das ist alles irgendwie ziemlich verworren und ziemlich verwirrend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier nach Respekt verlangen, sich aber in dem Video so zu äußern, so zu schildern, wie sie das getan hat, das ist halt wirklich schon eine ganz, ganz starke Sache. Aber zur grundlegenden Aussage vom Anfang des Videos zurückzukommen, sie wird sich nur dann entschuldigen, wenn sich auch die Mitarbeiterin entschuldigt. Ja, das ist halt schon ein interessantes Rechtsempfinden, sage ich mal dazu. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Wie sollte man mit solchen Menschen umgehen? Schreibt es in die Kommentare rein, abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.